Rolltreppen sind praktisch, vorausgesetzt man benutzt sie bestimmungsgemäß. Die beiden Frauen in diesem YouTube-Video aus Brasilien tun das nicht. In einem Einkaufszentrum versuchen sie eine abwärtsfahrende Rolltreppe zu erklimmen. Und scheitern, denn sie treten auf der Stelle. Die Anstrengung ist ihnen anzusehen, doch bei aller Mühe kommen sie nicht vom Fleck. Schließlich geben sie auf und werden vom Filmer auf die richtige Rolltreppe verwiesen. Aber wer weiß, vielleicht ist ja alles ganz anders und die beiden Damen haben zwischendurch nur eine kleine Workout-Session eingelegt.